Ich muss sofort loslegen, weil wenn ich jetzt nicht loslege, vielleicht werde ich es nie machen. Ich bin Regina Mayer, ich bin 33 Jahre alt und ich habe hier am Hamburger Campus Illustration studiert. Kurz vor meinem 30. Geburtstag habe ich angefangen hier zu studieren. Ich war in Irland, Kundendienstmitarbeiter in einer Spielefirma, was auch richtig cool war. Aber, ja, irgendwie war da nicht so ganzes Herzblut dabei. Und dann kam da in mir so eine ganz leise Stimme von ganz tief unten hoch und hat gemeint, hey, hey, Kunst. Und irgendwie bin ich dann hierher gekommen, habe einen Infoabend mitgemacht und da hat man dann so, okay, das wird es. Das muss es werden, sonst platzt was in mir. Und so war für mich eigentlich dieser Cut zwischen Arbeiten in Irland und Studieren in Hamburg so gut, dass ich gesagt habe, ich muss sofort loslegen. Weil wenn ich jetzt nicht loslege, vielleicht werde ich es nie machen. Von daher war die Angst zwar am ersten Hochschultag noch so ein bisschen da, aber als ich reingekommen bin und diese ganzen, eigentlich auch alle kunterbunten Leute getroffen habe, dachte ich mir so, das kannst du machen. Und dann musst du dir überlegen, okay, wie viel Kontrolle will ich bewahren und wie viel gebe ich einfach an den Zufall weg. Und manchmal ist es richtig gut und wird richtig toll, wenn du dem Zufall viel Platz lässt. Also der Bachelor, der hat mir sehr viel beigebracht und der hat mir aber auch sehr viel Mut gegeben und Zuversicht, dass ich etwas zu Ende bringen kann. Und mit diesem Wissen, dass ich etwas zu Ende bringen kann, was wirklich ein großes Projekt ist, da wirkt alles sehr viel lockerer und sehr viel möglicher. Also wenn ich jemanden kennenlerne, der in so einer ähnlichen Zwickmühle ist, wie ich vor ein paar Jahren war und wenn dieser Gedanke, ja, ich sollte nochmal was Neues machen, da ist, dann hat der einen Grund und dann möchte der vielleicht wirklich aufgenommen werden. Und ich kann jetzt zwar keinem sagen, mach Kunst, aber ich würde der Person sagen, es soll wohl so sein und es ist immer möglich, alles, es geht immer, man muss es nur wollen.